Hallo, wir sind schon auf Sendung. Achso, wir sind in New Orleans, am Mississippi. Nicht die Elbe bei hohem Wasser, das ist der Mississippi mit Brücke und allem. Wir haben leider keinen Raddampfer finden können für euch. Und auch die Floß mit Tom Sawyer. Aber dafür haben wir alle Filme gerade nachgespielt. Ja, gerade nachgestellt. Und, man wird es nicht globen, aber New Orleans ist wirklich so schön wie im Film aussieht. Schade, dass wir jetzt nicht hier sein können. Aber wir sind ja für euch da. Genau, wir filmen alles für euch. Jetzt kommen wir gerade zu. Schöne Grüße!